Einen sauguten Abend wünschen. Ja, ich bin's immer da, Herr Schweineboy. Und man hört den Manuel da raus. Und der fickt sich manchmal gerne selber einen. Eines, das ist der 10. Tag vom No Shave November. Ich bin heute fast eingeknickt, muss ja zugeben. Weil die Scham, meine Schambehaarung, also die ist nicht im Schambereich, sondern ich schäme mich für meine Behaarung, die ist schon ein bisschen heftig geworden, muss man ja sagen. Es sieht schon echt kacke aus. Mal abgesehen davon, dass ich... Peter? Hä? Ja, ich will nur sagen, dass meiner wahrscheinlich nach deinem kommt. Ich hab den zwar schon fertig aufgenommen, aber ich muss noch Cut den Mathe. Okay, das juckt mich gerade gar nicht so doll, ne? Als Maulalter hat gerade ein blaues Top an. Okay, ich drehe den Manuel mal leise, damit ich meinen Vlogs Ende machen kann. Ja, also ist vorbei jetzt hier Vlog. Ihr habt mein Gesicht gesehen. Ah ja, was ich erzählen wollte. Ich bin heute richtig, richtig heftig krank. Und ich hoffe einfach, dass man mir das nicht zu sehr ansieht. Und dass ich jetzt einfach ins Bett gehen kann, weil ich mir gar keinen Bock mehr habe auf irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.